Hi Leute, ich bin Caro und das ist mein Hund Beanie. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir die sehen können. Warte. Das ist Beanie. Beanie ist acht Monate alt, sie ist ein Papillon und wir haben Dogdancing angefangen. Deshalb habe ich auch diesen Channel gemacht. Ich wollte euch das ein bisschen nahe bringen, euch so ein paar Tricks zeigen. Und Dogdancing anzufangen. Das ist gar nicht so schwer, wie man denkt und es stärkt extrem die Bindung zwischen Frauchen oder Järchen und Hunden. Ja, viel Spaß und wenn ihr Lust habt, klickt einfach rein. Ne? Ne? Fini. Hopp. Komm her. Fine.